Hallo, ich bin die Katharina von der Young Caritas. Bist du zwischen 14 und 30 Jahren alt und möchtest dich freiwillig engagieren, dann ist vielleicht unser Action Pool was für dich. Der Action Pool richtet sich an junge Leute, die sich ab und zu engagieren möchten und vielleicht noch nicht ganz genau wissen, in welchem Bereich. Und wir von der Young Caritas schicken dann ungefähr einmal in der Woche oder so zwei bis dreimal im Monat ein Newsletter aus, mit verschiedenen Hilfsanfragen aus verschiedenen Einrichtungen. Wenn du eine Hilfsanfrage entdeckst, wo du dir denkst, das interessiert mich viel, da möchte ich mithelfen, dann schreibst du uns einfach zurück und wir stellen den Kontakt zur Einrichtung her. Wenn du dir denkst, das passt jetzt nicht für mich, macht es auch nichts, vielleicht klappt es ja anders mal. Also du entscheidest selber nach deinen Fähigkeiten und deiner Lust und Zeit, wie du mithelfen möchtest, ob du mithelfen möchtest. Sei dabei beim Action Pool, wir freuen uns auf dich.